Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Back 4, Back 4 Blatt sag ich schon, mein Gott, Sniper Elite 4. Mein Gott, ich bin schon voll bei Back 4 Blatt, nur weil ich den Titel gerade gelesen hab von der einen Folge, die wir aufgenommen haben. Okay, Sniper Elite 4 hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway. Ja, wir sind jetzt hier in so einer lustigen, umkämpften Stadt mit Partisanen und Deutschen und sollen ein Hauptquartier der Partisanen finden. Wir hatten in der letzten Folge schon Sniper Duell. Das haben wir Gott sei Dank gut in die Wege geleitet, dass wir das überlebt haben. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem Laufenden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, mein Fernglas in welche Richtung ich muss. Das ist den Friedhof untersuchen und das ist das HQ-Auswahl. Was ist denn da? Löffci, da einer? Ich glaube, da ist jemand. Und dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Da ist auch noch einer. Sehe ich gerade. Jetzt bleibt er da natürlich stehen und geht nicht weiter. Dann komme ich hier nicht weg. Jetzt. Jetzt ins Gebüsch. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Das sind italienische Truppen. Das sind italienische Truppen. So komme ich nicht über die Brücke rüber. So komme ich nicht über die Brücke rüber. Das war knapp. Das war knapp. Schaffe ich es so weit eine Granate zu wirken? Okay. Okay. Oh. Okay, das war gut Keiner hat mitgekriegt, dass ich da bin Und Wir sind fast da Läuft doch ein Radio Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein Mir macht das Hauptquartier keine Sorgen Sondern die ganzen Deutschen, die hier überall rumpimmeln Oh Mann In geschlossenen Räumen, na ganz toll Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, komm rein, mein Freund Untertitelung des ZDF, 2020 Was sind die denn alle? Was sind die denn alle? Wir haben einen unserer Männer verloren! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Fresse, hier ist was los, ey, so Der zeigt mir so einen Stern in elf Metern Die gehen wir mal gucken! Okay. Tschüss, mein Freund. Ich glaube, ich war hier schon richtig, oder? Hier ist es. Hier ist eine Schrotflinte. Soll ich eine Schrotflinte mal mitnehmen? Nehmen wir mal eine Schrotflinte mit. Aber hier ist auch noch ganz viel Munition. Die sollten wir mal einpacken. Also hier ist keine Sophia. Was ist das? HQ untersuchen. Okay, das machen wir mal. Vielleicht bringt uns das weiter. Oh mein Gott. Ich ahne Schlimmes. Laut Sophias Nachricht ist sie zur Burg gegangen. Ja klar. Da, wo richtig was los ist, gehen wir jetzt hin. Okay. Oh. Jetzt müssen wir zu dieser Burg hin, ey. Was ist hier? Da ist der Friedhof. Vielleicht sollten wir uns da erstmal hin mogeln. Das ist der richtige Weg? Ja. Das ist der Friedhof. Was ist die攻owe? Das ist dasги. D laufen wir uns auf. Wow. Nein. Das ist der Friedhof. Dieses Radio geht mir voll auf Eier. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, dann suchen wir mal die Leiche. Das ist ein richtiger Horde. Und jetzt gehen wir einfach weiter zum Friedhof. Schnell weg. Was war das? Die Partisanen haben alle Hände voll zu tun. Vielleicht sollte ich ihnen helfen. Wie helfen? Was ist denn hier los, Alter? Feuergefecht. Schauen wir mal, ob wir euch unterstützen können, oder? Wo sind die denn? Da ist einer. Oh, jetzt geht der unter die Treppe runter. Da ist einer. Der sitzt. Zack, er hat Schutz. So, Lungentremme. Und jetzt geht's. Nur einer weniger Ah ne, das sind Partisane Den kriegen wir Voll der Kampf an der Kirche hier Die Kirche hier Da war doch im Grunde gerade noch einer, oder? So. So. Vielleicht sollten wir da mal hinlaufen. Das ist ein Partisan. Na gut, okay. Rein in den Kampf. Rein in den Kampf. Rein in den Kampf. Rein in den Kampf. Irgendwo ist noch einer. Die Frage ist bloß, wo? Oh. Such dir mal weiter. Ich habe schon den ersten von euch. Rein in den Kampf. Oha. Mal gucken, wie wir hier wieder runterkommen. Schaffe ich den Sprung? Hup. Nein. Schaffe ich nicht. Das war keine gute Idee. Jetzt müssen wir mal kurz heilen. Wie geht das? F war das, ne? Ich dachte, ich kann da schön rüberjumpen, aber... Leider nicht. So. Okay. Wir müssen noch mal ein bisschen nach Munition suchen. Nachdem wir jetzt hier die Kirche mit verteidigt haben. Mehr finde ich nicht. Und dann müssen wir jetzt mal gucken bei unseren Partisan-Kumpels, was da so los ist. Und vielleicht gibt es da drin ja mal ein bisschen Muni für mich. Das wäre nicht verkehrt. Dann laden wir mal alles durch. Okay. Jetzt schauen wir mal. Wir müssen noch ein bisschen was suchen hier, ne? Und dann müssen wir gleich mal zum Friedhof. Da soll ich ja auch noch irgendwas machen. So. Ich könnte ruhig mal ein bisschen dankbarer sein. Ich habe euch schließlich gerade den Arsch gerettet. Was ist denn das für ein komischer Blitz? Die ganze Zeit hier. Ist das der Funker? Naja, okay. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Sniper nicht verpassen wollt. Ich verabschiede mich. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.